Ey, kann das schon mal verpissen? Eicht! Jo Leute willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal 3DV und Natterstee Ja, schon, weil er ist ja auch da Genau, wir spielen hier erstmal ganz kurz, Ankündigung, Minecraft Zombies Ist ja jetzt auf dem Gomez Server Weil es gibt leider so ein kleines Problem mit dem Chota Server Echt? Ne Ah, können ja mal Schnauze an Ja, ja, gibt's Ja genau, weil ich weiß gar nicht genau genau, was ich grad machen muss Ähm, also wir erklären hier gleich vielleicht ein bisschen was im Spiel Aber erstmal zu Chotos Äh, irgendwie ist der Server nicht gestartet Mhm Weil MC Host scheiße ist, keine Ahnung Aua Bist du ein Zombie? Hilfe! Ah, ich bin genau beim Zombiespawn Scheiße! Hä, ich krieg die ganze Leben abgezogen Ah, ich bin ein Zombie oder wie? Hä? Ich krieg die ganze Leben, Alter Bin ich ein Zombie? Ne Hä? Ey, geh weg Ich muss hier mit den Bogen schießen Jawoll, Alter Ah Okay, lass jetzt mal zum Chota Server sprechen Genau, also ähm Wir wissen nicht, was da los ist Ah, ich bin grad so schlecht Ah, die ganzen Sounds Sound? Bist du laut? Ähm Scheiße, ich bin der Tod, helf mir Ja, ich renne grad erstmal weg hier WUAH Also es gibt halt irgendwie das Problem, dass der Server nicht gestartet geht Und äh, wir wissen auch nicht warum Wir haben schon alles mit mir ausprobiert Ich bin tot Und dann werden wir das Und dann werden wir das Ah, das ist tötig Ah, das sind so viele Ah, hört auf Nein, du musst mit auf unsere Seite Ja, ich hab aber noch das Ding hin dahin zugefügt Ah Okay, egal Ähm Ja, da wisst ihr jetzt bescheid, dass der Tod ist und jetzt hier zu Zombies Also man muss halt diese Köpfe aufsammeln Und dann zu dem Ding bringen Und ich bin jetzt halt hier auch ein Zombie Äh, grad war ich ja noch kein Zombie Und jetzt muss ich irgendwie auch diese Villager versuchen zu töten Ah, Mann Genau, jetzt müssen wir Villager töten, ja Und halt auch die ganzen Spieler hier im Flächen müssen töten und so Also wir versuchen das in der Woche jetzt, die Todes hinzubekommen in der Woche Aber wird etwas schwer Also irgendwie so ein Speed-Effekt Okay, nice, noch einer infiziert Ja, wir infizieren auch grad einen Ja, ich hab auch einen infiziert Nice Okay Ah, hier sind noch viele Spieler, hier sind noch viele Spieler, okay Alter Ach, schon, Untergang Was? Nola, ey, den kenn ich jetzt Ich bekomm die ganze Zeit wieder Archiv, wenns irgendwie Ja, aber bei mir speichern sie anscheinend nicht ab Ja, bei mir auch nicht Okay, wir haben gewonnen Hey, das war's eigentlich schon mit dem Video Ach so, schon wieder Nach zwei Minuten Ja, Alter Wir haben alles angekündigt, was wir brauchen Genau, das ist jetzt einfach auch so ein kurzes Video Weil Juni ist H-Schule und ich bin auch erst spät zu Hause Ja Ähm, deswegen wisst ihr jetzt Bescheid Wegen Chutas Äh, es kam aber wenigstens jetzt irgend so ein Video Ja, am Freitag kommt dann auf jeden Fall wieder wahrscheinlich Chutas Wer nimmt sich das keine komplette Missgeburt ist Äh, genau Äh, genau Genau Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video Hau da rein Mach's gut Und tschüssi Ciao Piuu